immer wenn es was neues gibt für 3d drucker dann muss ich mir das kaufen und ausprobieren und nebenbei den leuten erzählen wie ich das finde und heute hatte ich in der post was neues von geckotech geckotech macht schon länger druckplatten druckoberflächen um darauf zu drucken um sich den ganzen kram mit frittstift und anderen haarlack sprays zu sparen und das hatte ich heute in der post gekauft bei you print in 3d und der axel von you print in 3d legt statt süßigkeiten allerdings immer super flieger dabei ich weiß dass das der beste ist der am besten fliegt hat er gesagt und ja muss öfter bestellen glaube ich damit ich zwölf zusammenkriege drei habe ich schon jedenfalls habe ich mir geckotech hot gekauft druckplatte zugeschnitten auf zehn mal zehn zentimeter hat der achsel schon fertig für den dice zurecht geschnitten was mir hier gerade auffällt er hat sogar richtig schön rechtwinklig zugeschnitten das bemängele ich zum beispiel weil der fila farm oder bei der mt plus die kommen alle echt ein bisschen windschief wenn man das gerne schön aussehen haben möchte dann sollten die mal ein bisschen gerade schneiden das hier ist genau rechtwinklig hier eine seite fehlt ein bisschen klebefolie aber ich denke das wird nichts machen ihr seht die beschriftung hier die geht wirklich bis zum rand ja wie fühlt sich das an was ist das ich würde sagen das ist keine bild tag oder nennt sich das andere log bald log bild das ist eher so was wie prusas pie folie oder also von dieser oberfläche her oder wie von prima 3d die diese ich sage es mal fake pie die quasi genauso funktioniert allerdings merke ich hier auf der oberfläche ist so satiniert ich würde sagen das ist das gleiche wie die diese oberfläche folien die man mit dem tintenstrahl drucker bedrucken kann die sind ja auch auf einer seite so ein bisschen matt als ob da was drauf zusätzlich drauf flaminiert ist ich weiß nicht die kamera wird das nicht aufnehmen es ist auf jeden fall gesprengelt ganz ist es glatt aber es ist man hört vielleicht hat so ein klebriges gefühl ja die sind für den da ist die sind zum aufkleben mit 3m folie ich werde die allerdings nicht direkt drauf kleben ich bin ein freund von wechselplatten und deswegen werden aber was ein bisschen was anderes machen schauen wir uns mal eben an ja wir sollen neu leveln alles klar es gibt zwei versionen von der platte von der und der druckplatte ich habe jetzt hier die hot hot ist für absp la pdg alles wo man das heizbett benutzen soll und dann gibt es da noch eine cold version für für pl a flexibles holz filamente ich weiß jetzt nicht ob holz probleme hat beim ort ich gehe davon aus dass flexibel überhaupt zu sehr kleben wird wenn man es also nutzt müssen wir ausprobieren werde ich bei den drucktests machen man kann es zu schneiden mit der schere ja und der rest ist standard da wo man klebt soll sauber sein und los geht's ok da ich wie gesagt dass hier nicht direkt drauf kleben werde habe ich mir federstahl besorgt das ist jetzt hier 0,6 millimeter federstahl auch zehn mal zehn und ich habe jetzt merkt schon die seiten müssen wir mal eben ein bisschen in geraten keiner hat lust sich die finger aufzuschneiden und besser wie gesagt 0,6 millimeter sind noch flexibel 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 genug um die zu biegen und den druck zu lösen aber hart genug um wirklich wenn der druck warpen will oder was auch immer sich nicht nachzugeben ich würde 0,5 vorziehen habe ich jetzt gerade nicht hier noch ein ticken weicher und immer noch stark genug ich habe jetzt nur noch 0,6 also 0,5 0,6 millimeter ist wirklich auch für 20 x 20 zentimeter da wirklich optimale wahl und könnt im video sehen eine menge fingerpack schlassen drauf machen wir eben sauber dann ist das sagt staub und fett frei sowie laut anleitung gesagt wird und dann kleben wir mal die klebefolie drauf bei der größte kann man wirklich schon direkt loslegen ich probiere mal ob ich beim ersten mal hinkriege man kann hier schön erkennen wo es angedrückt ist und wo nicht vielleicht doch was anderes nehmen ich kenne das jetzt von der prima 3d da war das am anfang auch so ein bisschen ich weiß nicht ob man das auf der kamera ansehen kann dass der kleber halt zeigt wo er nicht gerade klebt das geht aber weg wenn das einmal erhitzt wurde zumindest bei der prima 3d ich nehme an das ist jetzt hier genauso und mein reiben und kratzen mit der harte uhrfläche hat schon ein ganz leicht was ihr könnt ihr sehen was hinterlassen spuren hinterlassen ich gehe nicht davon aus dass das ein problem ist und wie gesagt plan ist jetzt hier drauf zu drucken und anschließend zu flexen um den druck zu lösen schauen wir uns an was die kann und wir vergleichen aber vorher noch mal kurz mit meinem liebling der mt plus und mit klebefolie 0,55 0,56 und ohne die klebefolie hier die reine kante ist wahrscheinlich weniger 0,4 0,4 ja ich habe hier die erste alte mt plus die ist 0,5 die ist mittlerweile in 1 mm erhältlich und ihr seht auch die hat schon deutliche spuren aber wie am ersten tag hält und ich will dass die mindestens genauso gut ist wie mein liebling oder besser so dann fangen wir mal an zu drucken das einzige was ich jetzt gemacht habe ist den dice auf 200 grad düsentemperatur und 60 grad heizbett vorzuheizen die platte drauf zu legen ein blatt papier zu nehmen das ein zehntel millimeter dick ist hier hinzulegen neu zu leveln ja und mehr habe ich nicht gemacht wir drucken mit mit vieler gär pla meiner meinung nach eins der besten plas wenn es darum geht schnell und zügig zu drucken das lässt sich wirklich super schnell drucken das ist wirklich es wird wirklich schneller flüssig als alle anderen plas die ich bisher getestet habe wer ganz genau hinguckt wird hier oben noch einen blauen capricorn ptfe tube erkennen ja ich habe noch keinen vorteil gefunden von dem modell was ich hier habe er ist drin weil er blau ist und zu dem blauen drucker passt dann nicht lang schnacken und wir gucken mal wie der first layer aussieht druck ist gestartet lüfter ist auf 100 prozent wird hochgeheizt auf 270 und dann schauen wir mal ich mach mal eben handkamera modus und hoffe dass man hier gleich den first layer sieht ja sieht sauber aus kann so keinen fehler erkennen ich weiß nicht ob man es von der kamera her auch gut erkennen kann scheint aber die gekotek nicht wirklich zu interessieren dass da gerade mit 200 was hingelegt wird wir sind jetzt schon im second layer schauen wir mal und wie gesagt hier keine geschilderten bedingungen nur gelevelt die rolle pla steht hier stinknormal ohne irgendwie leichtlauf irgendwas einfach nur hingestellt angemacht und mit demselben profil gedruckt wie die anderen 200 mm drücke wo ich den druck platten vergleich machen das ist das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, der vorletzte Layer Und der letzte Layer Toplayer mit 200 So, schauen wir uns das mal an Ja, sieht ganz vernünftig aus Machen wir eben einen Haftungstest Also das scheint wirklich zu halten Wenn man da sehr stark gegen klauft Ich flecke jetzt die Platte Und dann sollte das abgehen Jawohl Schauen wir uns mal den Layer an Wow Gut Minimal kann man diese Kratzer erkennen Die ich vorhin mit dem Cuttermesser Oder beim Streichen reingemacht habe Die sind jetzt hier etwas matter Ansonsten Hochglanz Ich gucke mal jetzt gerade durch die Kamera Ich gucke mal live drauf Wir sind etwas Ich habe das Bett nicht richtig gut gelevelt Und etwas schlecht hier an der rechten Seite Sind wir etwas zu hoch Damit man das erkennen kann Da hat es den Perimeter nicht richtig hingelegt Da sind wir zu hoch Allerdings hat es trotzdem geklebt Und der Druck ist ganz Ja Hat funktioniert Ging gut ab Ich würde sagen Gekotec Funktioniert Ja Daumen hoch